Herzlich willkommen im Restaurant Nino Ziegelhütte im schönen Kusel. Im Jahre 1980 haben die Brüder Antonio und Giuseppe di Fede das Restaurant erworben. Mithilfe der Eltern und den Geschwistern Epifanio und Ehefrau Pina konnten sie im März 1981 nach dem Umbau und der Erweiterung der Terrasse eröffnen. Nun wird unser Familienbetrieb von der zweiten Generation unterstützt. Salvatore leitet die Küche und Giuseppe den Service. Wir bieten außerhalb unserer Speisekarte, die italienische und deutsche Gerichte umfasst, eine saisonale Monatskarte und unter der Woche ein 2-Gänge-Mittagsmenü an. Unser Highlight ist unsere hausgemachte Antipasto della Casa mit 20 verschiedenen Variationen. Wenn Sie Ihre Liebsten oder Freunde verwöhnen wollen, bieten wir Ihnen ein 5-Gänge-Überraschungsmenü mit den passenden Weinen an. Im Sommer haben wir unsere Terrasse neu gestaltet, welche Sie zum gemütlichen Verweilen einlädt. Sie sind uns alle als Gäste im Restaurant Nino Ziegelhütte. Herzlich willkommen! Wir sehen uns alle als Gäste im Restaurant Nino Ziegelhütte.